Das Haus sieht genauso aus wie das nebenan. Und wie jedes andere aus der Nachbarschaft. Hier lebt ein junges Ehepaar. Gib Kindern einen Kuss. Du bist ein richtiger Stinktier. Mit seinen Neukindern. Das ist ein Stinktier. Na warte. Du bist unmöglich. Aber noch etwas ist hier. Hallo. Sie sind hier. Mäuschen, weißt du noch, wie du gestern Nacht aufgewacht bist und plötzlich sagtest, sie sind hier? Mhm. Was meintest du damit? Wer ist hier? Ich meinte die aus dem Fernseher. Diane, meine Frau und ich haben uns gefragt, was bei uns geschieht. Wir fragen uns, ob sie vielleicht auch irgendwelche Störungen erlebt haben in letzter Zeit. Was für Störungen meinen sie? Ich weiß nicht, was hier über diesem Haus schwebt. Doch ich habe bisher noch nie etwas Ähnliches gefühlt. Dieses Etwas da drin hat mein Kind. Wir sind hunderten. Diesmal hat Steven Spielberg die Schwelle überschritten in eine erschreckende Welt, die in uns selbst zu finden ist. Er zeigt, wie diese Welt aussieht. Was ist es? In jeder Einzelheit. Nein! Lass endlich mein Baby in Ruhe! Und was hier geschieht, ist kein Spiel mehr. Ich komme, Schätzchen! Lass mich in Frieden! Lass mich in Frieden! Gib mir deine Hand! Hilf mir! Du Silber! Was ist da passiert? Poltergeist, er weiß ganz genau, was ihnen Angst macht. Schätzchen! No, ich bin decade alt. Bleib! Ja! Das war! Ich bin derрод Gallag народ. Es tat! Ein bawer Knusik im Frieden! Ein oderiner